ja herzlich willkommen hier zu einer weiteren minigames und zwar skype ww ich möchte euch mit euch kurz reden und wurde geboren eines gewandt was da war nein da war eine insel was so gut war auch man ja ich könnte wirklich wenn ich ein stemmerat sprechen was ich zu meiner selon man iran coitubert oh mein gott omeid oder gott der will nicht gehen super das weiß ich bin gewesen das mit ihnen ja ich möchte euch ein kurzes thema ja 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 sie recht kurz thema sprechen kann ist dass ich dass ich das wird eisenschwert legt mir am arsch was und da hat mir keine da gibt es den scheißer ist ja da sagt mir ja ich wollte mit euch ein kurzes thema sprechen ok bitte und zwar nicht braut oh mein gott nein 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 er hatte doch die herzen ah ok ich wollte mir ein kurzes thema sprechen und zwar über meiner wichtig und zwar über meinen arbeit beruf mal zu hoch habe ich aufgegeben die woche nutzwerk wieso warum diese jungs haben mich einfach tatsächlich angekotzt die haben ich wäre angekotzt und also paar nur jungen sind sich die anderen alle nicht gesagt sondern paar also ein junger der mädel habe ich gezwungen dass ich nichts kann und und das war das war diesen montag gewesen das war die seine junge der mädel das war richard das war richard die seine jungen gewesen und das war ich also und dann am dienstag guter sagt meinte nur ein wenig dass ich ja max nur gefasst habe und dann versuchen sie mich zu wollen weil ich nur max gefasst habe warum und da habe ich warum und dann war wenn wollte mich auch schon bedrohen und das heißt für mich war es echt schon am ende ich hatte ich tun kein bock mehr gehabt und da ja und deswegen kam meine älter noch wenigstens da weil jetzt wenn ich wenn ich ohne mit dem hätte denn zu glück habe ich noch meine älter dabei zu glück sonst bin ich am arsch und ja ich bin nur froh dass sie gekommen sind und ja deswegen aber ich warte auf meinen wohnen ja danke und deswegen habe ich aufgegeben wieder muss wenn es war wollte weitemachen fw dieses compass weil fw kommt was hat ein bisschen mehr spaß gemacht das hat mir nicht angepisst und ja zu und ja deswegen möchte ich das hier weiterführen also ich weiß jetzt nicht ob ich ein compass geor oder wo also das heißt wie geht es bei mir jetzt weiter und deswegen weiß ich nicht wie ich wie bei mir jetzt noch mal abläuft ob die arbeit arbeitsamt mir wo man ich liebe eis alles klar sie nicht da ich habe noch ein abhang geht naja ist ach du heilig schick kann ich hat 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 Ach du Scheiße. Leck mich am Arsch. Wollt ihr mich verarschen? Oh man. Oh man. Ja geil, jetzt hab ich kein Schwert. Woher soll ich... Geil. Also ihr weiß... Ja hier. Bei mich. Wie in der? Kommt da keiner? Nein. Na zum Glück. Du willst mich doch verarschen. Bam. Na bitte. Danke. Oh. Oh mein Gott. Es war einerseits... Wo sind die zwei Köpfe? La 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 la. Tra la la. Tra la 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 la. Warum ist die da? So wie die Köpfe. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Ich gehe mal zu... Und wenn jetzt irgendeine Einkaufung... kommt an der willige Warsch. Nein, der kommt ja keiner. Nein, der kommt ja keiner. Nein, der kommt ja keiner. Das ist... Ein Steak. Hallo. Danke. Komm, bitte, bitte, bitte. Du bist eine gute Seite. Du bist eine gute Seite. Gutes. Eins, Schärfer 1. Was willst du mit Schärfe? Aaaaaains. Was willst du mit Schärfe? Aaaaaains. Was willst du mit Schärfe? Aaaaaains. Ja, 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 genau. Ich brich. Ich blase mir eine Hose. Und diese Stein. Ei, 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 ei. Mal schauen, wie... Das ist auf dieser... Gutes, wie die Eisenschwerte. Da wäre... Schön, bitte. Gute rein, ja. Ach, du Scheiße. Was? Der hackt. Hacker. Der hackt doch. Ich will ziemlich verarschen. Der hackt. Hacker. Ne. Wenigstens. Sieht da wenigstens. So, Trast. Raus. Was für ein Scheiß. Nein. Nein. So. Shit. Ich kalt. So. Wir sehen uns ja bei 10 Minuten. ja und deswegen habe ich jetzt auch ja ja sky pvp skype ja und deswegen kam ja auch so lange keine videos in janu s&p so gleich circa drei wochen das sind wirklich ernst erst drei wochen gewesen wenn ich jetzt drei wochen drei wochen habe ich keine video war ich habe nur diese eine release von tels sonst ja wenn ich mich jetzt auch komm schon bei der doch einer ist das so richtig kacke wer zum kann ich die sparen oder so also wenn ich den wenn ich hier waren dann ist da war ich schluss liebe ich liebe 1 kein zustand kann es denn einer nein 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 es kommt so ein kontroller und aber acht jahre ist ob wir ein hacker sind keiner kommt d m m m wartet ja jetzt stehe ich hier fest m m m Hallo, 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 also jetzt reicht es aber, hier ist doch was, dann gehe ich jetzt mal hin, da ist er die Ahle, okay, mein ganz, äh ne ich, wenn ich mich, das vape wird doch bei Ul crisis Falci hat klar ihr hört dem Müke also wer альwärm ich mag einfach diese Timber hau und Aqu diversity vemix von Pokémon actor giga rubin und eifer servieren und das ist richtig cool gemacht deswegen feiere ich echt augen und eifer servieren weil letztendlich habe ich das spiel und hab das spiel auch für pokémon x weil ich habe mir für die t2 das gekauft deswegen hat und ja vielleicht kann ich mir ja aufnehmen führen drei erst weißt du ich bin weg was ach das ist nur ein gegner der tut uns nicht der tut der t2 weil er so toll ist alle lalala nein ich hab doch nichts getan ich hatte nur wer das ich habe die bitte das ist ein anderes scheiße scheiße ich sitze nach halle weiter scheiße keine ahnung wieso ist hier ich verstecke mich in der hütte dann wer ich hasse euch alle so was ich würde dann da gerne der karl ist Keiner ist hier. Ich bin wieder nur in der Schwachstelle. Was? 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 Nein. Lager, das gibt's doch nicht. Das ist jetzt aber nicht. Scheißernst. Das ist jetzt nicht euer Scheißernst. Ich schreibe noch raus. Nein. Nein, 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 nein. Okay. Weißt du was? Er stellt euch dieses Server. Es ist ja Nokia Sky. Punkt D. Ja, ich hab gehört, dass er und gespielt so ein Video gemacht hat. Deswegen habe ich diesen Server gespielt und ich fand das richtig so geil. Und ja, deswegen wünsche ich euch, würde ich sagen, wenn ihr euch Klammer anlassen, schreibt mir in den Kommentaren, ob ich überhaupt in der App einfach bleibe in Koppers oder nicht, wer weiß. Ja, dann würde ich sagen, ach stimmt ja, ich hab heute irgendwie gerade hier, wir haben gerade hier so einen Schrank gebaut, also zwei, eine für Schatzzimmer und eine für Rumpf und und hier wollte ich nur sagen. Ach ansonsten, wenn sie gerade vor sich der Werte unter. Morgen gibt es, äh, wie gewohnt, normal Upgrade. Ganz normal Upgrade. Upgrade Plan wieder. Also ganz normal. Und ja, bis dann und schau. Waaaaaah. 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 Waaaaaah.